And it's you that I wanna need I feel your heart need Seid ihr bereit Freunde für das zweite 1.000.000 Coins Best of Pack Opening zu den Pink Hand Karten mit den 35 K-Packs die gerade rausgekommen sind Wie gesagt Freunde wir werden natürlich die 35 K-Packs öffnen Es gibt 10 Stück davon und auch Man of the Match Jones Ein richtig krankes Spiel Trinidad und Tobago gegen Mexiko 4 zu 4 Ich habe es auch nur bei Sky Sport News HD gesehen hier Schleichwerbung Ein richtig krankes Spiel auf jeden Fall auch mit richtig guten Toren Ich habe jetzt einfach auf die 35 K-Packs gewartet weil die 25 K-Sets die sind der absolute Scheiß Und deswegen wollen wir jetzt hier im ersten 35 K-Pack natürlich eine Überraschung haben mit Oh ja okay Luca Modric und Kier von Fenerbahce transferierte Version Ja ja Obama Young auch noch fängt ja schon mal nicht schlecht an Es ist mal wieder auch so abgefuckt heiß ey Ihr glaubt es nicht wie warm es hier ist durch die ganzen Konsolen Was soll das? Im zweiten 35 K-Pack Rodrigo der Beste ich glaube nämlich auch Wenn wir heute kein Pinken ziehen ja Dann weiß ich auch nicht Also heute ist mindestens einer Pflicht Mindestens einer und da sage ich oh mein Gott mit einem Inform drin Star Ridge und so Skokko oh mein Gott Digga Digga Ja Jungs das ist das was wir sehen wollten Star Ridge mit einem Inform Schaut euch das an Wie krank sieht das denn aus? Oh mein Gott wie viel ist denn überhaupt wert? Ich weiß es nicht 300.000 Coins Und es gibt ihn leider auch schon Aber wir sind der Erstbesitzer von Star Ridge Da habe ich es gerade gesagt Ich habe ein gutes Gefühl Und so kann das natürlich weitergehen hier Das war das dritte 35 K-Pack Gut das wir gewartet haben Also jetzt jetzt bin ich richtig heiß drauf Jetzt bin ich richtig heiß drauf Hier die Packs zu öffnen Ah Hamzik Jetzt komm bitte 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 Äh Okay die hier hat transferierte Version EA EA haut noch einen raus Bitte Come on Digga Ich will es pink sehen Ich will es pink sehen Und es ist Oh mein Gott Ah EA Do you want Give me Marco Reus Nein Benatia Ich bin gerade richtig heiß drauf Diese 35 K-Packs zu ziehen Aber leider haben wir nur 10 Stück zur Verfügung Ähm Jetzt bitte nochmal Mit Müller Den wir auch irgendwie jedes Pack Opening ziehen Auf geht's hier Vorletztes 35 K-Pack Haut noch einen raus Jungs Haut noch einen raus Come on Digga jetzt Ich spüre es Miro Unser Controller ist leer Aber das macht doch nichts Letztes 35 K-Set Bitte EA Jetzt hier nochmal mit einer Granate drin Ich glaube schon Ich glaube schon dran Jetzt bitte ein pinker Spieler Higuain Nein Oh Ey Freunde Wir haben Jedlin gezogen Jedlin Ähm Richtig kranker Außenverteidiger Einer der Besten eigentlich Und lasst natürlich jetzt auch gerne wieder eine Bewertung da Wenn ihr die Pack Openings gerne seht Sterling Sterling Oh mein Gott Sterling ZOM Okay 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 9000 Coins Ich glaube nämlich auch ZOM Manchester City 93 Tempo Ja Das ist krank Also wie gesagt Lasst gerne eine Bewertung da Wenn ihr die Pack Openings feiert Gestriges Video Natürlich auch Fixing FIFA Der zweite Teil gewesen Wer es verpasst hat Aber Sterling Ist auch mal was Schönes hier zu ziehen Also es hätte uns Auf jeden Fall schlechter treffen können Das kann man auf jeden Fall sagen Und jetzt Marcelo Digga Was geht ab hier gerade Toll die guten Packs Warum schon Digga Wir haben gerade so Auf kranke Spieler gezogen Ähm Jetzt nochmal ein Premium Pack Ein Premium Pack Mit Yaya Toure Yaya Toure Nein Digga Digga Best Pack Opening Ever Yaya Toure Yaya Toure Ich glaub's nicht In pink Ach du Scheiße Ach du Scheiße Holy Fuck Holy Fuck Ey 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 Ich weiß nicht was ich sagen soll Ich weiß nicht was ich sagen soll Ich liebe euch Ich liebe euch Jetzt günstige Coins in der Beschreibung Okay Spaß bei der Seite Yaya Toure Digga Yaya Toure Einfach Sterling Marcelo hinterher Und dann einfach hinterher Yaya Toure In pink In pink Digga Gönnt euch Gönnt euch Ich bin fertig alter Wir haben noch 500.000 Coins zur Verfügung Wir haben gerade mal die Hälfte geöffnet Und schon zwei pinke Spieler gezogen Das Pack Opening schon mal raus Und einfach den Ja mit den Besten gezogen Yaya Toure Die Pack Opening Wochen lohnen sich einfach Wir ziehen einfach so heftige Spieler Und dass wir immer die Coins irgendwie wieder rausholen Und jetzt haben wir hier Yaya Toure Einfach Zack 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 Die Yaya Toure Zack 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 Wir haben einfach zwei pinke Karten abgestaubt Alter Einfach zwei Stück Noch nicht mal eine Million Coins rausgeballert Und jetzt ziehen wir noch Begovic transferierte Version Diego Costa Ey was ist hier gerade los alter Letztes Pack Aber es ist mir ehrlich gesagt scheißegal Wir haben einfach nur so kranke Spieler heute gezogen Und ja das bin ich natürlich auch euch zu verdanken Denn ohne euch hätte ich gar nicht diese Pack Opening Woche gemacht Diese kleine Pack Opening Woche Und das ist das Ergebnis aus unserer zweiten Eine Million Yaya Toure in pink gezogen Dann natürlich noch Sterling als ZOM Jedlin Richtig krank als Silberspieler Starridge Und dieser scheiß in Form Obwohl so scheiß ist ja gar nicht in einem Pack Jungs Ihr könnt natürlich gerne wieder eskalieren Mit den Likes So wie es eigentlich immer macht Ich kann mich jetzt eigentlich nur noch bedanken In letzter Zeit läuft es einfach Es läuft einfach überall In FIFA In allem einfach Ja Ich will auch gar nicht so groß rumschleimen Ihr bekommt das Was ihr verdient Und deswegen Werden wir natürlich dann übermorgen Wieder die nächste Million raushauen Und Morgen kommt vielleicht auch noch ein Video Also Freunde macht's gut Instagram Facebook Günstige Coins in der Beschreibung Einfach nur krankes Pack Opening wieder Ich kann es nur noch tausendmal sagen Macht's gut Haut rein Und Bis zum nächsten Mal